Mein Name ist Norbert Trenk. Ich habe jetzt hier auf der Konferenz einen Vortrag gehalten zu der Frage, wie die Klimakrise mit der kapitalistischen Produktions- und Lebensweise zusammenhängt. Ich habe angefangen bei der Frage, wie wird im Kapitalismus Reichtum produziert, wie sind gesellschaftliche Beziehungen organisiert, das liegt im Ganzen zugrunde. Und woraus folgt dieser Wachstumszwang und die Zerstörung der Naturgrundlagen. Ich bin Verena Kreilinger. Ich habe einen Workshop gehalten zum Thema Grüne Träume, graue Realität, das Scheitern der Klimapolitik. Ich habe darin festgehalten, dass die globale Klimapolitik desaströst scheitert. Das liegt daran, dass sie am kapitalistischen Wachstumsversprechen festhält und meint, dass sich das globale Wachstum vereinbaren lässt mit der Emissionsreduktion. Dem ist nicht so und dem müssen wir etwas entgegensetzen. Mein Name ist Peter Piel. Mein Thema heute war die verschiedenen Strategien und Positionen, die die extreme Rechte zum Thema Klimawandel und Umweltzerstörung vertritt und am Ende dann auch nochmal zu diskutieren mit dem Publikum, dass Antifaschismus wichtig ist. Mein Name ist Miriam Mock. Ich arbeite an der Wirtschaftsuniversität und engagiere mich dort, dass Konsum nicht als individuelle Verantwortung verstanden wird, sondern weil wir gesellschaftlich einen nachhaltigen Konsum uns erkämpfen müssen, dass wir die Freiheit haben, so zu leben und das nicht individuell erkämpfen müssen.